so weiter geht es heute mit dem nächsten rennen hier gut auf geht's nehmen wir den hier das passt schon so nach drin sogar noch so die strecke ist recht es ist sogar lang ist das heißt wir schaffen hier dieses eine ding hier so klar bei vier runden bei sechs kilometer pro runde abstand damit sich die lage wieder beruhigt genau du hast mir klar dass du mich dann versuchst noch mal abzuschießen video dankeschön ich war schön weit vorne und du schießt mich aber schön die wand hier gibt es schon noch als 14 ja das war's dann hängst du wieder auf den letzten platz seit geil nach mann so vorne ich war ganz weit vorne schön mit vorne dabei ah ja gebe noch eine zeit schaffe Kann ich nicht irgendwie was einfach mal so anwenden Das Rennen ist sowieso gelaufen Runde 1 ist vorbei und du bist etwas langsam Kämpf dich nach vorne Was soll ich machen? Ich habe nicht mal mehr Anschluss auf das Feld Die ziehen mich gerade so weg Der ist schlapp Der ist schlapp Der ist schlapp mutter hat sich ein weg gedreht das ist schön du hast dieses auto einmal zu oft gesagt ja das schön zu denen voll idiote ja das war es meine erste 16 bei meister dreck schrecke da gibt es noch eine zeitstrafe mein gott ich bin schon letzter wird das lassen runde 3 jetzt müssen wir etwas riskieren ja wenn ich es kiere dann schießt mich ab ich habe geschossen . 11 11 12 12 13 13 15 15 15 Ja. Das war's für heute. Die ersten sind schon im Ziel, weißt du. Ja, fuck you, ey. Das ist die Scheiße da nicht zu Ende. Disqualifiziert nur am Ende, weißt du. Er wird abgeschossen ohne Ende und dann wird er noch disqualifiziert. Tricks rennen, weißt du. Ja, Glückwunsch. No money. Ach, ich muss die Kacke nochmal neu fahren. Och, leck mich doch, ey. Ich will das gar nicht neu fahren. Ja, müssen wir das halt nochmal neu machen. Schade, ich dachte, ich wäre damit durch. Nö, irgendwie will er das nicht. Das heißt, wir dürfen es nochmal neu anfangen. Naja, wenn er nicht wieder abgeschossen ist. Die Blumen der Nacht hier in Okutama interessieren uns heute nicht. Wir sind hier für den Duft von verbranntem Gummi. Was kannst du uns dazu sagen? Okay, tut mir leid. Ich glaube, es geht jeden Moment los. So, warte mal. Spieloption. Ja, es sollte funktionieren. Das wird ein langes Rennen. Viel Glück. Danke schön, mein Gott. Alter. Da wird so schön noch mal die Wand geschossen. Ich bin heute 16. Da wird es reserviert. Ah, mein Gott, Alter. Kann man das nicht mal einfach verfahren? Nein. Wenn du mal ein bisschen nach vorne kommst, dann bist du wieder abgeschossen. Der Kollege ist auf vier. Na, dann tun wir es mal. Und ihr habt dieses Reden gegen was, gegen mich, hey. Ich glaube, der Kittel. Ja, jetzt werde ich nie Erster oder Zweiter. Ja. Okay. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 Jeder lieber auf Abstand. Lass dich nicht aus dem Rennen werfen. So, da vorne ist mein Typkollege. Oh, ich bin irgendwie durchgemogelt. Wenn ich in Führung. Okay, du hast gerade die Hälfte des Rennens absolviert. Jetzt sind wir so gerade nur nach vorne gemogelt. Jetzt kann ich mich kurz immer noch absetzen. So viel zum Thema dazu. Scheiße, ey, klar. Ich bin der Fortschmung gerade. Mann, ey. Ich bin schon wieder X-7, ey. Das ist doch ein Kack-Rennen. Das macht mir halt keinen Spaß so. Dankeschön. Mein Gefresse, Alter. Fairfahren ist nicht, ne? Das ist doch fair vorbeizuerfahren und ist dann da weggeschossen. Das ist doch nur mir nicht, ey. Komm, erzähl. Letzte Runde. Das ist die letzte Runde. Lass uns etwas an Boden gut machen. Ja, versuche ich gerade. Gewinnen wird wahrscheinlich schwierig werden, aber zumindest auf vorne kommen. So weit wie möglich. Ich hänge voll in dem Kohl in der Gruppe drin. Ich muss ja mal ein bisschen raus. Mein Gewinn, können wir auch noch. Aber zumindest auf die 2000 Jungs doch vorne mal einholen. Okay, da wird jemand nicht glücklich sein. Okay, das war ich jetzt selber. Ich bin jetzt ein bisschen hinten reingefahren. Das war aber nicht die Absicht. Ich wollte eigentlich tatsächlich nur... ...dare mal ranfahren. Ne, nach dem Motto... ...dier werfe ich um die Zweifel die Wannen noch zu. Oh Mann. Oh Mann, ey. So, der fängt sich wieder auf 10. Schön auf 2 dran gewesen. Ja, das war's. Und dann... ...ich kotzt gleich, ey. Du darfst nicht besser als 16. werden. Egal wie. Oh Mann. Ich mach wieder nach E-Feier-Argen. Das rennt wir mal an der nächsten Folge, Leute. Ich hörte sich nochmal die ganze Scheiße, die ganze Scheiße hin. Schön, ey. Da warst du zweit, da warst du dran als erster. Bist du doch abgeschossen, ey. Ja, habt Glückwunsch. Hast du gut gemacht, ey. Fairfahren ist nicht bei dem. Das ist echt die große Chance, das Ding zu gewinnen. Ne, lass mal lieber. Im Zweifel schieße ich dich dann halt noch weg. Mann, ey, ist so schlecht. Brauche ich mich nicht anzugucken. Gut, dann probiere ich es halt ein drittes Mal in der nächsten Folge. Ne, machen wir gar nicht. Okay. Ich schieße das Rennen in Platz 1 oder 2. Ich hab jetzt mal gar nicht fahren. Gut. Dann probiere ich das Ding in der nächsten Folge.